Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin Rico. Geschichten sind toll. Wenn du keine mehr verpassen willst und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn und aktiviere auch die Glocke. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Eine romantische Liebesgeschichte von Ernst Moritz Arndt Im siebenjährigen Kriege war in der Gegend ein finnischer Offizier, ein Herr von Zansen einquartiert und hatte mit der schönen Tochter des alten Schlagenteufels zu Grabitz eine Liebschaft angesponnen. Hinrich, damals ein junger Bursch, trug öfters Briefe zwischen beiden. Er ward auch bestellt und musste Wiederbesteller sein, als diese Liebe auf eine mystische Weise ganz eigentümlich befestigt werden sollte. Man schickte ihn nämlich in der Nacht zum Küster in Rambin, der um die Mitternachtsstunde mit den Schlüsseln und einer Laterne an der Kirchtüre bereitstehen sollte. Da traten in der grausigen Mitternachtsstunde auf den Schlag zwölf die vier Häupter, Zansen, das Fräulein, Hinrich und der Küster, in die wiederhallende Kirche und verfügten sich unter den Glockenturm, wo der Küster den Glockenstrang weit herunterzog und die beiden Liebenden sich damit umwandten und zu gleicher Zeit die Hände ineinander schlangen. Als sie so einige Minuten umschlungen und verschlungen gestanden, ging alles ohne einen Laut, wie man gekommen war, schweigend auseinander. Hinrich aber pflegte zu sagen, Dies Mittel ist probat in der Liebe. Leute, welche sich so mit den Glockenstrangen umwunden haben, können nimmer voneinander lassen. Das Fräulein aber, setzte er hinzu, war so gewaltig verliebt, dass sie in den Briefen an ihren Liebsten ihren Namen immer mit ihrem eigenen Blute unterschrieb. Ich habe es selbst gesehen, wie sie sich das Blut aus dem kleinen Finger der linken Hand mit einem Messerchen geritzt hat. Denn sie sagen, in diesem kleinen Finger sei das feinste und treueste Blut der Herzenshand, und aus ihm müsse das Blut genommen werden, das Beständigkeit wirken solle. Auch der Böse, wann er die armen Sünder durch höllischen Betrug festbinden will, lässt sich seinen Vertrag mit Blut aus der linken Hand von ihnen unterschreiben. Das sagen die Leute auch, aber bei solchen teuflischen Liebschaften und Spiegeleien bin ich nimmer mitgewesen. Das mögen die verantworten, welche es mit angesehen haben. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Geschichte gefallen hat und du noch nicht schläfst, würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Und falls du noch nicht schlafen kannst, findest du hier eine weitere Geschichte. Bis bald!